... welchem Funkloch der ist. Das ist der, übrigens, das ist der, der sich über Dunkelhäutige lustig gemacht hat, ne, und über Jesiden und sowas. Ich wette jetzt auf diese Dinge, diese Dunkelhäutigkeit, da werde ich jetzt nichts dazu sagen, weil... Das ist der, der, ich habe sogar ein Video, wo er sich über Dinge lustig macht, über Dunkelhäutige. Ich will einfach nur dafür, dass er diese Frage beantwortet, weil ich will hier eigentlich raus. Und eine Sache will ich noch, eine Sache will ich noch sagen, der, der gerade reinkommt, das ist der, der einen Affen genommen hat, ja, und mein Bild hinzugefügt hat. Das ist eins von den Leuten, das ist der, der andere von denen. Oma, bist du jetzt drin oder nicht? Kann ich jetzt die Fragen stellen oder nicht? Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt bin ich mal gespannt, was er dir sagen will, Bruder. Das soll er hochkommen, ich habe kein Problem damit. Auf jeden Fall zu der Frage nochmal, Flex, ganz simpel, damit der Koran Legitimisierung hat, überhaupt über die Tora zu reden, muss Allah dieselben Namen haben. Ja. Nummer eins. Nummer zwei, darf das Gesetz nicht verändert werden, sei es die zehn Gebote, etc. Nummer drei, also wir gehen erstmal, wir fangen erstmal mit dem Simpelsten an, mit dem Namen. Ist das, sind das dieselben Personen? Weil wenn das nicht dieselben Personen sind, dann dürfen die in unserem Buch eigentlich nicht mit reinreden und wir nicht mit denen in ihr Buch reinreden, weil das von Anfang bis Ende eh keinen Sinn macht. Wenn es, weil der einzig wahre Gott für die Christen ist, ist der Gott der Juden. Gut. Und wenn die Muslimen behaupten, dass sie die letzte Offenbarung sind, die letzte Offenbarung, und wenn sie behaupten, dass Allah der einzig wahre Gott ist, ne, dann muss er ja dieselben Namen haben wie der Gott der Juden. Und die Frage, muss mir bitte einen Muslim beantworten, ist, okay. Der ist rausgegangen. Ist Allah derselbe, ist Allah derselbe Gott wie der Gott der Juden? Bruder, das war zu viel. Das war zu viel, Bruder, das geht nicht. Zu viel Dinger. Zu viel Dinger, das geht nicht, Mann. Das war viel zu viel. Das ist ne ernste Frage, gell. Das ist ne ernste Frage, gell. Ich stelle hier ne Identitätsfrage, ne Identitätsfrage, geht's um meine Identitätsfrage. Fingerabdrücke, 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 Fingerabdrücke. Ey Bruder Flex, ich kann nicht bellen, wegen dir muss ich auch mitlassen, ne. Die Fragen, die du stellst, sind so legendär, Bruder, der ist einfach rausgegangen. Wie geht's dir, Flex? Bruder Flex, hörst du mich? Oh Jesus, help me, help me. Oh Jesus. Ich hoffe, Flex, Flex, Flex. Warte, Bruder, mein Bauch, mein Bauch tut weh. Warte, Bruder, er ist 9.15 Uhr. Raphael, wie geht's dir erstmal? Raphael, ich muss auch lachen, ne. Der Grund, warum ich die Fragen stelle, der Grund, warum ich diese Fragen stelle, ist, jedes Mal, jedes Mal gibt es ja Diskussionen über unsere Bücher, ne. Und ich hab zu, also wir kamen ja meistens, wir sind meistens in einer Verteidigungsposition, wir müssen unsere Religion meistens verteidigen, ne. Und ich hab mir die Frage gestellt, welches Recht nimmt eine andere Religion, uns anzugreifen, das Christentum, ne, wenn sie nicht dieselbe Identität haben. Verstehe. Versteht einer meinen Punkt. Es geht nur darum, dass, ich hab kein Problem, Fragen zu beantworten, aber von mit welcher, mit, weißt was ich meine, mit was nimmst du dir gegen uns zu schießen, wenn es Allah erst seit 700 Jahren, äh, 700 nach Christus gibt, weil... Genau, das ist eine gute Frage, Allah kam 600 Jahre später. Allah ist einfach 600 Jahre später gekommen. Ich rede nicht vom Koran, ich rede nicht vom Koran, ich rede auch nicht von Mohammed, ich rede von der Person, ich rede von der Person Allah. Allah kam 700 Jahre nach Christus, weil entweder ist Allah der, der die Erde kreiert hat, weil wenn er der, die die Erde kreiert hat, wenn das dieselbe Person ist, dann hat er dieselben Namen wie der Gott der Juden. Wie der Gott Abrams, Isaks, Jakobs, Gott der Gott, der man der große begegnet ist. Genau, die Juden und die im Aramäe sagen Elohim oder Eloah. So, Elohim, Eloah, die sagen Yahweh, die sagen Adonai, ne, und so weiter und so fort. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, und so weiter und so fort. Es gibt mehrere, ich kann dir 30 Namen nennen, wie der Gott, wie heißt das? Wie der Gott der Juden. Bruder, Raphael, Raphael, wenn ich schon den Namen sehe, Quabena, ich weiß sofort, er ist unser Landsmann, Bruder. Ja, 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 ich bin auch Quabena. 100 Prozent, 100 Prozent aus Ghana, ich weiß das. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, Jeremy, Quabena, bevor du was sagst, kurz, Jeremy. Der sagt einfach Quabena, Alter, ich kann nicht mehr. Jeremy, Jeremy, auf jeden Fall geht es um, wie gesagt, es gibt zu viele Namen, wie der Gott der Juden heißt. Wenn der Gott, wenn Allah, ne, was ja Gott ist, Allah ist ja kein Name, ist ja ein Tick. Ey, guck mal, guck mal, weißt du, was ich hasse, Bruder. Guck mal, guck mal, weißt du, Raphael, weißt du, was ich hasse, wenn diese Muslime schreiben, bitte hütet eure Zungen, Jungs, das sind gefährliche Themen. Hüte deine Zunge, wenn du mit einem Dunkelhäutigen sprichst, mein Freund. Ja, jetzt könnte ich mal die schwarzen Karte ziehen, mein Freund. Denn ihr erlaubt euch so viel, ja, euch sollte man eigentlich eine richtig Nackenklatscher geben. So, dass ihr mal aufwacht. Das Problem ist halt, das Problem ist halt, dieses Thema... Deswegen einfach mal respektvoll sein, keiner hat Allah beleidigt, keiner hat die Mutter beleidigt, keiner hat Vater beleidigt, keiner hat den Koran in den Dreck gezogen, sondern es ist einfach ein Thema, ja, es ist, wir reden über den Christentum, wir reden einfach über den Koran. Und wenn dir das nicht passt, dann geh einfach aus dem Channel raus, ganz einfach. Aber komm hier nicht in den Channel rein und fang hier an, hier Dunkelhäutige zu sagen, hey, hört auf, darüber zu reden. Das ist das Problem, wir Dunkelhäutige sind zu lieb geworden, das ist das Problem mit euch. Normalerweise sollte jeder Einzelne von euch so richtige Schellen eins nach dem anderen kriegen, und das ist eine Ansage. Aber wir sind zu nett. Wir sind viel zu nett, und das ist ein Riesenproblem bei uns. Ja, viele Dunkelhäutige sind richtig nett, und das ist auch das Problem. Wir sind viel zu nett, und das ist das Problem. Aber ich sag's nochmal, ich sag's nochmal, in der Ruhe liegt die Kraft. Natürlich. Aber hört auf, aber hört auf, hört auf, ein auf hart zu machen, denn keiner hat euren Allah beleidigt, das ist einfach so. Richtig, weil das ist das Problem bei der König-Kritik, also ganz kurz allerdings, Raphael, halt, das ist auch das Problem, weil sobald man über deren Glauben redet, dann sind die richtig krass beleidigt. Aber wenn die die Bibel quasi verspotten, ne, so machen die weiter so, ne? Also die sagen ja, ja, ähm, ihr dürft unseren Glauben nicht, ähm, kritisieren, aber selber kritisieren die, ähm, auf, ähm, so die Bibel und so weiter. Und das ist, das ist heuchlerisch. Ja, finde ich auch. An alle, an alle Moslems, die hier drin sind, und so weiter und so fort, sind ja einige hier. Ähm, ich greife nicht den Koran an, oder Mohammed oder so. Also wirklich, das mach ich nicht. Und das werde ich auch nicht tun. Das macht keiner. Auch aus dem Respekt zu euch. Wir, ich stelle lediglich nur Fragen. Es geht um eine Identitätsfrage. Ich stelle sie nochmal, letztes Mal, dann gehe ich auch raus. Falls ihr denkt, ich bin das Problem. Ich stelle eine Identitätsfrage, basierend darauf, ob die Wahrhaftigkeit des Korans für einen Christen oder für einen Juden ernst zu nehmen ist, weil wir hier über eine Identität, äh, reden, wir müssen eine Identität feststellen. Wenn du zum Beispiel, ne, wenn du zum Beispiel vor Gericht gehst, ne, wenn du vor Gericht gehst und es geht um eine Person, dann muss die Person Fingerabdrücke machen, dies, das muss Name abgeben, etc. Und dann weiß man, es handelt um diese Person. Und das, was wir hier gerade machen, oder diese Frage, die ich stelle, geht darum, dass wir wollen die Fingerabdrücke, und das ist jetzt metaphorisch, das ist jetzt nicht wortwörtlich, okay? Wir wollen die Fingerabdrücke, wir wollen die Person Allas, wir wollen fragen, wer ist Allah, seinen Namen, etc., sein Name, etc., plus die Namen, die Allah hat, sind das dieselben Namen, die der Gott der Juden hat. Wahnsinn. Und wenn das dieselben Namen sind, wie der Gott der Juden, dann könnt ihr gerne... Aha, springst du, Herr Sohn! Dann könnt ihr gerne, dann könnt ihr gerne gegen... Vielleicht... Warum hat denn Gott seine eigene Mutter vergewaltigt? Justin, du freche Hallo! Alles gut, alles gut! Bei so solchen Sachen, ich kick den sofort, weil das ist nur nichts für uns. Warum hat denn Gott seine eigene Mutter vergewaltigt? Jeremy, 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 lass einfach, lass einfach. Auf jeden Fall, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt... Warum hat dein Gott seine eigene Mutter vergewaltigt? Ah, der ist, Dinger, der, das ist ein Glitch, das ist ein Glitch, der ist immer noch drinne, kleinen Moment, ich mach das anders, Moment. Du dreckiger Nigger, ich schick deine Mutter, du Wernscher. Jeremy sagt nix, sag gar nix. Ich werde Paulus kreuzigen, den Hurensohn. Ich werde ihn kreuzigen. Ich muss den Stream beenden, weil der hat sich... Wieso? Alles gut, Leute. Alles gut, Leute. Das sind einfach kleine, satanische Kinder. Alles gut. Sabrina, ich geb dir gleich die Rechte. Moment, aber eigentlich hast du alle Rechte. Doch, konnten stummen, doch, du hast Zugriff. Du kannst auf jeden Fall stummen. So, Raff... Jeremy, my brother, komm mal ab. Jeff, mechst du, der Ding, der Teufel ist am Arbeiten, mechst du. Ja, ist normal, das sind... Bro, kann ich Modi? Ja, Daniel, Daniel, wenn du öfters da bist, Bruder, ich geb dir Dinger, Rechte, okay? Ich küss dein Herz. Auf jeden Fall. Doch, Sabrina, ich hab dir alle Rechte gegeben, eigentlich. Also, du kannst eigentlich Leute stummen, Sabrina. Das konntest du doch schon immer. Du kannst sogar sperren, glaube ich. Ja, Raphael, du kannst... Rede weiter, Bruder, ich hör dir zu. Also, wie gesagt, es ist eine... Nochmal für alle Muslimen. Wir greifen nicht an, ich greife nicht an. Wer bin ich, dass ich eure Religion einfach so angreife? Wir müssen ja auch überlegen. Ein bisschen Respekt haben wir schon. Aber es geht um eine Identitätsfeststellung, wie ich euch erklärt habe. Wenn du zur Polizei gehst, da musst du Fingerabdrücken machen, dein Name vorgeben, dann weiß man, dass du die eine oder andere Person bist. So, und wir haben jetzt die Frage, Allah, Allah ist wie gesagt kein Name, ein Titel, der Name von Allah, die Person Allahs stellen wir gerade in Frage, die Person, die Fingerabdrücke, Fingerabdrücke metaphorisch, weil Finger hat er anscheinend nicht, Fingerabdrücke metaphorisch, wer ist eigentlich Allah? Was ist sein Name, etc.? Wenn diese Namen dieselben sind, wie der Gott der Juden, fünf Bücher Mosel, des Gottes Abrahams, Isaks, Jakobs, der Gott von Noah, der Gott von Aaron damals, der Bruder von Moses, dieser Gott, der sich den Israeliten offenbart hat, wenn der Allah dieselben Namen hat, wenn sie dieselben Namen haben, dann könnt ihr von mir aus so auf den Christentum angreifen, wie ihr wollt. Möchtlich. Wenn er aber nicht dieselben Namen hat, dann müsst ihr euch die Frage stellen, Ich küsse dein Herz dann. Seit wann ist Allah, seit wann gibt es Allah eigentlich? Weil entweder er ist der Gott der Juden, weil dann gibt es ihn seit Anfang der Erde oder den gibt es 700 Jahre nach Christus und wenn er 700 Jahre nach Christus erst da ist, Bruder, das ist schon ein Knockout. Die werden darauf keine Antwort haben. Deswegen ganz simpel Frage, Identifikationsfrage, rein von Namen her ist der Gott im Flex. Wir sind jetzt ein Forschungser. Wir sind ein Forschungser. Check all die jüdischen, jüdischen Namen von Jehova. Check all seine Namen. Ich weiß, Guder. Nicht check all of them. Und ihm sei, Allah, Allah hat zwei rechte Hände. So wie ich. Mein Mensch ist ein Mensch. Aber wie ihr sagt? Und ihm sei, er ist er auf der rechten Seite. Bruder, bitte. Ja, deswegen. Und ihm sei, er ist er auf der rechten Seite. Bruder, zwei rechte Hände. Strohut Ali schreibt, natürlich ist es derselbe Gott. Nein, guck mal. Christen und Muslime glauben nicht an denselben Gott. Strohut Ali. Strohut Ali. ganz kurz allerdings im rafael der koran sagt auch in einem surah im allmehr der surah 5 vers 17 ungläubige sehen in den liegen die ihm sagen dass isa allah ist der sohn der maria das sind kuffa kaffir surah 5 versetze muslime jeremy jeremy weiß was das schlimme ist denn was das schlimme ist ich bleibe ich bin nicht mal gerade mit ich las die bibel weg mir aber baby band zu ganz kurz ja hallo hallo milas gottes segen ja hallo was geht es dass du die fragen schon gehört nein steht die okay ich stelle dir die frage jetzt okay okay ganz simpel frage ich verstehe das nicht ich habe einen verstoß bekommen wegen live und deswegen habe ich mädchen profil mitgemacht damit ein bisschen gnade haben ich habe widersprungen bist du spät auch ja ich bin später da ja ok dann geht offline dann machen wir später ja ich kürze eure herzen wie viel ruhe ungefähr so in zwei stunden oder ja in zwei stunden kannst du anrufen wie gesagt in zwei stunden in zwei stunden in zwei stunden möchte ich ihr könnt euch jetzt vorbereiten in zwei stunden möchte ich okay wissen wer ist allah was ist sein was in seinen namen und sind das dieselben namen wie der gott der juden und wenn bitte diese frage beantworten mehr nicht da bin ich mal echt gespannt was da kommt an alle die hier drin sind leute es tut mir leid ich muss kurzfristig gehen ich will jetzt mal mit dem training mal ein bisschen durchziehen gebe ich jetzt mal vollgas hier und leute so gott will bin ich bin ich in zwei stunden da später dann sprechen wir nicht davor an rufe mich davor an ich rufe dich ich bin damit ich auch aktiv bin dann stellen wir die frage du hast ja meine du hast ja meine main meine meine main nummer hast du ja rupisch auf zwei stunden davor naja ding bevor wir reingehen weil dann möchte ich damit ich auch da schreibt einer mit seinem fake account also wenn du sagst hey ich nehme diese stadt ein das ist eine prophezeiung das ist keine prophezeiung ja prophezeiungen viele verstehen gar nicht mal was prophezeiung überhaupt heißt ja prophezeiung heißt eine vorhersage etwas was du vorhersagst ja und dann geschieht es und das finden wir in der bibel ja über 3000 prophezeiungen in der bibel und deswegen weiß ich dass da wirklich ein wahrhaftiger gott spricht es ist einfach so flex trete doch bei baba mohammed in den stream er wird euch aufklären was will er denn aufklären ich habe den kerl mehrmals zugehört ich habe nie eine prophezeiung gehört von ihm und wenn dann ist es keine prophezeiung ja wir müssen ja ehrlich zueinander sein wir dürfen also wenn es um gott geht dann sollte man einfach nicht lügen es ist einfach so wenn man im namen gottes noch lügt also da bist du mehr als nur verflucht ist einfach nur so und ich würde es mir niemals trauen aus den schriften etwas zu zitieren und noch gleichzeitig noch zu lügen dass das schlimmste was du machen kannst das ist ja ein richtiger nacken klatscher ist das ist einfach so die bibel enthält 6408 verse mit prophetischen angaben genau von denen sich 3200 prophezeit haben natürlich vollkommen wer hat jetzt den muster gesperrt wer hat jetzt den bruder ach so ok das ist jemand anders ok sehr gut power voll krass flex bist sehr aufrichtig ja das ist wichtig dass wir aufrichtig sind ja wir sollten uns ja nicht belügen wir müssen ja wenn wir über gott sprechen müssen wir ehrlich sein ja so bro geht doch rein würde gerne mal hören was er zu sagen hat ich habe mir diesen baba mohammed nichts zu besprechen ich kann nicht mit jemandem einen dialog führen der in seiner schrift in sura 4 vers 171 dass mir nicht erklären kann ja was heißt denn al messi ich möchte einen moslem hier haben der hier hochkommen möchte kommt mal hoch ich stelle eine frage was ist was ist al messi da steht in sura 4 vers 171 was ist al messi also ihr ihr nimmt ein wort aus der bibel und fügt es in eurer schrift hinzu aber ihr wisst nicht mal was al messi heißt das ist ein richtiger knockout eigentlich das ist ein altes nacken klatscher ist das das nacken klatscher ist es al messi gibt es ein moslem der hier hochkommen kann und mir sagen kann was al messi ist kommt hoch ich erkläre euch mal was überhaupt ich erkläre euch mal was al messi überhaupt bedeutet könig der juden könig der juden definition könig der juden der gesalbte also wie kannst du ein biblisches das ist das ist ein das ist das ist ein richtiger nacken klatscher ist es du kannst du nicht das ist wahnsinn du kannst du dich ein wort nehmen und das in deinem buch hinzufügen al messi isa sohn meriams und dann fügst du das in deiner schrift hinzu und sagst dann ja al messi du sagst einfach nur el messi ohne bedeutung das funktioniert so nicht al messi hat eine riesen bedeutung gibt es irgendeinen propheten der sich messia genannt hat jetzt bin ich gespannt gibt es irgendeinen prophet der sich messia genannt hat leute ist ein knockout das ist ein knockout dass ihr isa den sohn meriams als al messi bezeichnet das ist ein richtiger knockout und ich soll eine religion beitreten und ihr wisst nicht mal was al messi überhaupt bedeutet ich will den kompletten knockout gar nicht geben weil wenn ich das jetzt sage das ist wieder so ein richtiger schlag und das mache ich nicht al messi al messi und was heißt das alles aus der bibel klauen und dann in der schrift hinzufügen und sagen ja aber wir sind die wahrheit aber hauptsache aus der bibel klauen oh man kommt kommt man 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 that is that's hard knockout that's hard knockout bam 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 leute ich muss nichts mehr hinzufügen das ist hart das ist mehr als nur hart und deswegen sage ich euch eine Sache. Jesus ist die Wahrheit. Mehr muss ich nicht sagen. Es ist einfach so. Ich bin einfach nur direkt. Es ist einfach so. Wenn wir jetzt über Al-Masih debattieren, ich werde jeden Moslem hier widerlegen. Kommt rein! Sag mir mal, was Al-Masih heißt. Sure 4, Vers 171. Kommt hoch! Ich küsse eure Herzen. Kommt hoch! Kommt hoch! Was heißt Al-Masih? Was heißt Al-Masih? Hello, Camila. Flexa, ich bin's, Urban. Oh, Urban! How are you doing, my brother? Ich bin auf Arbeit. Flexa, ich wollte dir einfach danken, mein Bruderherz, dieses Lächeln. Für deine wertvolle Arbeit, die du jeden Tag machst. Damit du noch etwas Positives hörst. Und verflucht sind all diese Menschen, die Videos von dir schneiden. Alle. Auch, ich sehe viele muslimische, afrikanische Brüder, die Videos von dir schneiden. Ich wollte zu diesen Menschen sagen, ihr seid ehrenlose Menschen. Traut euch mal bei Flexa rein. Weil die hören das jetzt. Traut euch bei Flexa rein. Debattiert mit ihm. Hinterhält dich. Videos schneiden geht gar nicht. Das Ding ist, Bruder, soll ich dir mal was sagen? Das Traurige an der ganzen Sache ist, sie haben ihre Hautfarbe vergessen. Das ist das Problem. Aber nicht nur das, diese Muslime, diese ganzen Videos, die ihr über mich macht, ihr macht mich nur noch mehr Fame. Ich küsse eure Herzen, Mann. Danke für diese Werbung, Mann. Aber die ganzen Muslime, alle, die ein Video schneiden und das ins Lächerliche ziehen, obwohl es eigentlich da nichts gibt. Lächerlich zu machen, ja. Ich küsse eure Herzen. Macht weiter, macht weiter diese Werbung für mich an die Muslime. Ich küsse eure Herzen. Ist euch mal aufgefallen, ich gehe gar nicht mal drauf ein. Und wisst ihr warum? Das juckt mich gar nicht. Tut denen mehr weh. Glaubt mir das. Die wollen, dass du drauf eingehst. Die wollen Fame von dir. Die wollen deine Aufmerksamkeit. Kriegen die nicht. Ich habe gegeben. Guck mal, du hast Charisma. Du hast alleine mehr Reichweite wie die ganzen Leute von denen zusammen. Du hast halt Charisma bekommen und das tut denen richtig weh. Und dann sprichst du noch die Wahrheit aus. Du bringst Fakten, du legst Fakten auf den Tisch und die können halt nicht ihre eigenen Quellen widerlegen. Das geht ja nicht. Wenn sie anfangen, dich zu widerlegen, widerlegen sie den Islam. Bruder, das geht gar nicht. Deswegen müssen sie hinterhältig Videos von dir schneiden. Das sind ja ehrenlose Menschen. Erstmal, ich möchte erstmal noch mal ein Dankeschön geben. Warte ganz kurz, Bruder Urban. Ein Dankeschön an den Abo von Toba. Toba League, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Ja, nicht vergessen, Bruder. Du kannst jetzt immer Flaggen reinposten. Und wenn ihr Wünsche habt, Bezug zu Flaggen, Leute, sagt mir bitte Bescheid. Ich füge die Flaggen hinzu. Ich glaube, ich habe noch 10 freie Plätze. Dann füge ich noch andere Flaggen hinzu. Genau. Bruder, bist du das mit den Geräuschen? Wo, Mann? Nee, Bruder. Stumm. Okay, das füßt du. Okay, okay. Der Ton, das hört sich so an, als würdest du spielen mit irgendetwas. Nee, nee, nee. Ich bin auf Arbeit, Bruder. Ich bin auf Arbeit. Aber ich war auf Stumm die ganze Zeit. Das ist mit dem Geräusch, Mann. Ich war stumm, Bruder. Ich war stumm die ganze Zeit. Die Hacken, Hacken, Hacken. Die Dings haben sie bei Armin zweimal gemacht. Die Hacken die Lives, ne? Es gibt so einen Punkt auf YouTube, kann man das googeln. Das ist echt ekelhaft. Okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Jaja, habe ich schon gemerkt. Aber wenn ich das merke, ich gehe da meistens immer gleich raus, weil nicht, dass ich dadurch dann gesperrt werde, aber passt, alles gut. Bruder, ich wünsche dir noch einen Gottes Segen. Urban, wo ist deine Blackboard, Bruder? Ich weiß nicht, was die meinen. Aber Urban, eine Sache wollte ich dir nur sagen, Bruder. Ich küsse dein Herz. Du bist sehr, sehr lange schon bei mir unterwegs gewesen, auch hier bei mir im Stream. Und deine Unterstützung, ich will es dir nur noch mal öffentlich sagen. Dieser Stream ist nicht mein Stream, sondern es ist auch euer Stream. Merkt ihr das bitte, Urban? Ich meine damit an die ganzen Christen, an unsere Geschwister und Brüder hier drinne. Schämt euch nicht, denn dieser Stream ist auch euer Stream. Und wir haben gemeinsam das erreicht. Nicht ich, wir gemeinsam Leute, dass dieser Stream so gewachsen ist. Und das will ich euch nur mitgeben Leute. Wir gehen zusammen Leute, an die Spitze Leute, und das nur durch euch. Ich sage es nochmal Leute. Deswegen merkt euch meine Worte sehr gut. Und jeder, der hier drinne ist, ihr seid wirklich die Besten. Und deswegen, und deswegen Leute, habe ich eure Flaggen hier drinnen. Wegen euer Respekt. Und weil ihr mich respektiert. Und deswegen habe ich eure Flaggen hier drinnen. Und an die ganzen Deutschen, die hier drinnen sind, Leute, alle die diesen Stream-Supporten Leute, ein Herzchen geht auch raus an unsere deutschen Brüder und Geschwister. Ganz einfach. Und da spreche ich öffentlich aus, so wie es ist. Ja, ist einfach so Leute, das muss man sagen. Ja. Ansonsten, mein Bruder hat es schön gesagt. Ich muss wiederum. Danke schön. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem, Bruder. Danke. An die Serben, an die christlichen Serben, an die albanische Christen, die hier drinne sind, Leute. Ich küsse eure Herzen. Alle, die hier drinne sind. Ja. An die polnische Kirchen. Polska, Polska, für immer. Ja. Oh. Hört ihr das Geräusch? Das ist von Urban. Urban. Man hört Urban. Das ist von Urban. Ja, das ist von Urban der Geräusch. Ich glaube, das ist so wie so ein kleiner, äh, ähm, das ist ein komisches Geräusch. Hört ihr das? Ah, da hat sich einer eingehackt. Okay, ich verstehe. Alles klar. Ich verstehe. Also gehen wir raus. Ich fülle den Motor. Ja, ja, das ist, das ist einer, der sich hier eingehackt hat. Ich höre es schon. Ja, rede mal. Du bist hier drin, du Hacker. Rede, ich höre dir zu. Ja, was ist los? Erzähl mal, was bist du für ein Hacker? Du bist so invisible. Erzähl mal. Warum nutzt du die Leute aus? Alles für Geld. Was? Was? Erzähl mal. Alles, alles für Geld. Hey, eine Frage, warum, 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 warum bist du, warum bist du so cringe? Warum bist du, warum bist du so ein Holzkopf? Erzähl mal. Warum sagt deine Bibel, du bist ein Neger? Echt? Warte, ich helfe dir mal. Warte, ich helfe dir mal. Ich helfe dir mal. Tschüss.